so eine wunderschöne herzlich willkommen zurück zum let's play beziehungsweise nein nicht zurück sondern herzlich willkommen zum let's play von micro 2 als kleines special weil wir jetzt gerade vier sind und ich gerade bock drauf habe man bis was anderes zu machen und zwar spielen wie ich angekündigt habe mal nicht mit irgendwie server oder so also ich bin zwar schon auf dem server aber nicht auf meinen servern die für die internet gedacht sind sondern auf einem lokalen server ich habe damit was vorbereitet und zwar habe ich mal mein club fünf installiert habe ich keine scheiße ich habe meinen können auf auf einem also auch mal fünften slot installiert quasi das aber ein bisschen speziell konfiguriert ist erstens spieler mit v6 matchen der so der nicht so ein bisschen mehr so an das alte orientiert logisch ist auch der ältere wie ich finde der landschaft und so vor allen dingen aber habe ich auch den server selber single player konform eingestellt das heißt wir haben jetzt tag nacht rhythmus es gibt ganz viele monster also also man sollte natürlich allgemein jetzt nicht so viele wie normalerweise bei mein tun ist weil ich habe versucht auf eins zu spielen also mit dem multiplikator 1 das ist absolut nicht nett also warum so viele tiere auf jeden fall habe ich jetzt offen ein fünftel zurückgesetzt das immer noch mehr genug ja aktiv block welt ist ein bisschen höher also quasi so wie wenn man single player spielt und leistungsstarken rechner hat so spielen wird quasi auch so ich habe auch nur ein seat genommen und zwar habe ich tatsächlich die welt zurück gesetzt und den seat einfach leer gelassen also ich bin mal selber gespannt was für ein seat da jetzt kommt also was kommt ist mir eigentlich egal aber die frage ist wie die welt aussieht ich habe halt nur die welt einmal kurz geladen bin kurz nach irgendwo ganz oben ganz weit weg teleportiert punkt 1 gesetzt ganz weit auf die andere seite punkt 2 gesetzt hat er den sport protected anfangs mich in der welt gebrauch genommen noch gar nicht so umgesehen so ich starte einfach mal kurz den server und sehe was zur hölle was warum da gemacht genau ja ich weiß man sollte als aber niemals über eine session starten aber jetzt für das player einfach mal aus ja so das heißt wir und ja das ist ein server der habe ich extra für das play wie gesagt erstellt jetzt und er ist auch nicht öffentlich also man könnte sich darauf connecten aber er wird nicht also ja dieses ankündigen ist raus das heißt wir durften doch eigentlich keinen besuch bekommen so und dann wollen wir mal genau okay dann so und der war und ja ich habe die welt den spornbereich extrem groß protected ich habe meine normale ich hatte quasi sicherst aber protected eigentlich brüche ich gar nicht wollen wie gesagt kommt ja eigentlich keiner rauf aber sicherheitshalber weil es gibt leute die probieren gerne mal bekannte adressen aus und versuchen hinten einfach mal eine zu geben und dementsprechend es ist gerade tag oder nacht okay ja wie gesagt auch richtig mit zeitrhythmus oh scheiße ist der mond okay das ist jetzt gerade eher so optimal warum ist das dunkel auf gott haben ja wir sind hier quasi jetzt irgendwo auf dem toten planeten gelandet ja gut tut mich für tiere und so das heißt ich muss erst mal niederlassen was eine gute sache ist vor allem weil wir nichts haben ob gott okay solange bis die ersten monster kommen müssen wir ganz kurz den baum irgendwie abbauen ja unter diesem als play geht es vor allem darum nicht zu sterben aber ich glaube das können wir schon direkt vergessen wir wollen einfach mal in der dunkelheit das ist geil so wir haben ein bisschen holz wir brauchen uns zuallererst mal gott 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 das fängt sehr gut an so da haben wir eine werkbank immer hier aufgerobene die kreiber mit sich wenn irgendwo monster kommen alle durch eine höhle sehr schön sehr schön können wir da vielleicht nach du scheiße ist jetzt nicht wirklich ein creeper oder so eine spitzhacke wir brauchen wir erstmal nicht so eine höhle ich hoffe wir finden da kohle so eine hersteller so eine hersteller wir werden jetzt direkt in der ersten nacht sterben jetzt hier los ich wollte versuchen eine tritt zu machen ohne zu sterben ich glaube diese form steht unter keinem guten stern bitte gehen die alle weg okay das ist ein scheiß creeper jetzt haben wir hier freiziecht wir haben also erstmal für die nacht über dauern müssen wir haben auch kein sand oder ähnliches ist einfach ein ändern wenn ich glaube das nicht okay der mut ist bereits oben am oben am liebsten muss das heißt die nacht ist mittlerweile halb vorbei so wenn wir uns mal den sandwall aufbauen und ja ich weiß der enderman könnte kaputt machen aber ich habe mob briefing deaktiviert das heißt der enderman macht ihr nichts kaputt so ich habe hier so schicken schutzwahl das heißt innerhalb dieses schutzwald sind wir erstmal sicher ich werde jetzt aber noch ein bisschen rauskramm und das dahin machen und können wir nämlich wenn wir rausgehen an die allen ecken auch wieder reinkommen ok ich habe mich doch nicht verhört da kommt ein fies helfer so können wir uns hier nicht NOPE und aber und 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 so die fackeln so das ist meine festung bittes und herr doch du scheiße kommt ja traut euch da ist noch ein zombie das ist ein lama dafür warum kommt ihr rein was ist los mit dem wieder kommen jetzt hier rein ich dachte 2 können springen ok so so kein Problem jetzt aber sicher sein und wenn ich dann ruhig ein stück über also ja um die 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 meldung die kann eigentlich deswegen weil ich erst vorhatte das sind doch öffentlich zu machen ja ist aber doch nicht geworden es ist auch hier alles genau so wie auf meinem richtigen meint und zwei server nur mit dem kleinen unterschied dafür gesagt ist halt lokal und neue map und neuer map gen sie sind ja gleich schmutz drauf und dort aktiv wie auch mein wichtiges jahr war deswegen auch die meldung ja es ist sogar die rz aktivität unten rechts bei und links bei wildnis sieht ja ich habe ein bisschen einfach gemacht so ganz langweilig wird der mond untergehen das schon fast am okazont sehr schön sehr schon ganz fast über die werden wir fast geschafft das sieht eher aus wie so keine wie kleiner unfall ja egal wie viel gestein haben wir wir haben sechs gestein das ist nicht sehr viel ich höre die welche rumlaufen haltet auf die ganze zeit hier rum was ist hier los woher nicht runterfallen das wäre nicht so gut der ende an meiner händen tut zum glück gar nichts ist das da hinten ist also das pferd ich dachte schon das ist ein skelett wir können jetzt natürlich ein bisschen auf suche gehen nach ein bisschen holz die folge sondern hier kohle andererseits die vier fackeln rechnen eigentlich aus ja bitte gehen sie unter hier siehst du eigentlich ist das gleiche setzen wir drauf war noch interessant so die frage ist jetzt ich habe 30 1 gekräftet was denn das ach so klar weil bei den stöckern jeder die jeden stadt einzeln zählt ja okay okay ich würde sagen wir gehen einfach mal auf monster jagd das heißt ich schlafe ein bisschen rum und dann lock ich damit ein paar fischer hier ist hotel verwahrt nach dem ende sehr schöner wie die sichtweite so tief okay ich glaube ich werde so wie direkt mal erst es sind ein dschungel die lomato okay wir haben die erste nacht tatsächlich überstanden ganz geil ja so kommen wir hier ein mal hier rein aha na schau mal einer guck so müssen wir tatsächlich aufpassen weil da unten ist eine falle drinnen so 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 okay follow how we entschärft gibt es auch kohle keine kohle nicht obwohl das ehrlich was in der kiste trainieren müssen vielleicht noch ein goldener apfel und hier aber noch die kiste da sind spinnenaugen klingt ja lecker okay das heißt ja ein bisschen was sehr schön die kisten nehmen uns auch direkt mal mit ach so das ist der lerne okay wenn wir dann aber wieder rausschmeißen einfach weil wir es nicht brauchen werden ist aber sogar schon ein bisschen stadt start capi kapital ein start was auch immer wieder reich so gut das war das falsche so schmeißen das nicht brauchen da unten mal rein das bedeutet du kommst du wollen du kommst du kommst du kommst du kommst du kommst du rein aufgesammelt habe ich okay du kommst du kommst du kommst du kommst in Wo war der Ausgang? Hier war der Ausgang. Nein, hier war nicht der Ausgang. Da war der Ausgang. Hier ist ein Turm. Aber hier ist auch ein Ausgang. Hier ist auch ein Ausgang. Okay. Aha. Na, siehst du, am Tag sieht das Ganze schon wie es nicht schöner aus. Komm her, wir brauchen Leder. Dankeschön. Kuhschubser. Wer ist? Ah, eine rote Blume. Die werden wir auch bald gebrauchen. Damit wir uns so schnell wie möglich ein Bett machen können. Warum nutze ich mein Schwert nicht ab? Digga, was ist los? Oh, okay, okay. Aha, das ist cooler. Sehr schön. Oh ja. Oh, noch einmal cool. Äh, du kommst bitte weg. Dankeschön. Ich vergesse, ahnung, so. So, wie sie es denn hier? Alter. Eine richtig schicke, kleine, süße Höhle. Sehr gut. So, die Frage ist, wo bauen wir eigentlich unsere Base? Apropos Base, wo ist eigentlich unsere Übernachtungshütte? Da ist die Ding, dann musste das Übernachtungsding auf der anderen Seite gewesen sein, oder da? Ich schätze mal da. Wie könnt ihr auch mal auf dem Stand der Sonne achten? Die da hinten ist Dschungel. War da Dschungel? Doch, dann ist das doch. Ach nee, ist ja kein Dschungel, das sind normale Bäume. Das sah gerade so aus, wenn das da Dschungelbäume fährt. Warum auch immer. Digga, der Enderman ist einfach immer noch. Ja, man sieht schon, die ganze Entfernung gehen, wie lange Mops aktiv sind, da hinten zum Beispiel läuft ein Löwe lang. Da sind auch die Enderman, die diese ganzen Sichtweite und so habe ich auch alle hochgedreht. Deswegen leckt das ja auch ab und zu klein mit Bissen, merkt man bestimmt, dass er ab und zu immer bis nachhängt. Der Server läuft ja auch mit auf meinem Laptop und so leistungsstakt ist er halt auch nicht. So, den Hund lasst noch mal in Ruhe, der bringt uns nichts. Oh, guckt halt mal den süßen Tür. Ach du Scheiße! Ich wollte nicht runterfallen. Scheiße, jemand an. Ja, der Enderman tut uns glaube ich nicht so lange wie es hell ist, weiß ich gerade gar nicht. Guck einfach mal kurz, laufen wir mal direkt an ihm vorbei. Nö, tut uns gar nichts. Oh doch! Okay, da ist noch so ein Zombie, den würde ich jetzt nicht unbedingt haben. Den Enderman lassen wir mal in Ruhe. Oh, da ist ein Creeper. So, haben wir hier noch Kohle. Wir fahren hier Dunkelheit und Dunkelheit gefällt mir nicht. Dann gehen wir mal direkt wieder raus. Oh, da ist noch ein Enderman. Kommen wir alle her? Oh, wir haben auch noch. Achso, rechtsklick. Okay. Wir haben auch noch Nahrung hier. Äh, also wir haben Hunger, meine ich doch. So, wo geht's denn hier hin? Ein schöner Zümpel. Na, schau mal, einer, guck. Sieht nicht schlecht aus. So, was haben wir hier? Gar nichts. Er ist wegen dieser, ne, dieser V6-Nap-Gen, der zeigt halt extrem viele so eine Sachen, die so schön aussehen. So, wunderbar, wunderbar. Wer mich fragt, wie ich darauf komme, äh, ich hab vor kurzem mal versucht, so ein kleines, äh, ja, na, ich hab halt, ne, ich spiel ja persönlich mehrere Mindtest-Versionen. Und ab und zu, wenn ich so, so, so eine Nostalgie-Flash habe, dann spiel ich auch mal Mindtest-Version 0.3.1. Ja, die allererste Version, die ich damals kennengelernt habe von Mindtest. Und ich, ja, und durch den, durch die schönen Landschaft, die da sind, weil ich die Mindtest-Version 0.3.1. Also, beim heutigen Mindtest-Version 0.3.1. Ich vermisse, habe ich mich also umgeguckt, warum ist es eigentlich nicht mehr so. Und ja, ist natürlich deswegen, weil heutzutage Mindtest ist natürlich vor 7-Map-Gen. Und Mindtest-Version 0.3.1. War aber vor 5-Map-Gen. Was war das denn gerade? Digga, halleluja. Ähm, und ja, dementsprechend, ähm, genau. kann man das die klassischen welt halt auch unter meint es unter der aktuellen version benutzen wenn man halt einfach vor fünf mädchen oder vor sechs mädchen einstellt wie sie da geht das ganze auch und wie viel jetzt wie gesagt mit dem v6 mädchen ist auch ein wunderschöner mädchen wie man sieht mit vielen schicken sachen so ja noch direkt mal ein bisschen zuckerrohr gar nicht schlecht hier hier haben wir so vorsprung wir müssen halt doch gucken wird man wieder lassen weil der tag ist schon wieder halb vorbei die frage wollen wir uns jetzt da in der wüste diese kleine facebook aufgebaut haben mit mehr alter was hier für tiere oder lassen wir uns da hinten im dschungel nieder oder wir richten uns die pyramide auf jeden fall gerade mal ein bisschen hier was bauen und zwar eine ich wollte gerade eine axt bauen aber wir brauchen jetzt mal holz um achso ich hab doch holz ich bin nur bescheuert ich hab kein holz ach wow ok was was doch richtig irgendwie haben wir ja als wir da uns da auf der dichte rausgepackt haben aus der wie heißt das ding aus dem aus dem aus der pyramide da haben wir die dinge verbaut aus versehen so wenn man hier so ein bisschen so ein paar stöcke annehmen wenn wir mal so dankeschön wenn wir den papa bäume fällen einfach because we can dann müssen wir mal ein bisschen holz haben so hier sind sogar schon ein paar siblings sehr schön und sich weiter runter hier da hat der server hoffentlich nicht so viel zu tun ähm äh 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 zapplings genau soo bock eigentlich wäre diese diese landzunge hier auch wunderbar zum bauen ist schon weit weg vom fall da haben wir also kaum ne versteckmöglichkeiten für die monster aber wir selber sehen halt sehr gut alles ich hoffe wir lassen uns tatsächlich hier sogar nieder gut dann richte ich mal hier schon mal kein bass ein äh warte kurz warte 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 so ähm ich stelle dich ja mal kurz hier hin dann bauen wir mal kurz eine schippe und machen das land mal kurz eben ach ja einfach hier in der tausend aus klatschen ähm so 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 wir können auch im ofen braun können wir schon mal ganze fleisch einschmelzen äh einschmelzen klar o 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 geschaffen da können wir auch mal bett bauen weil das problem ist halt die zeit spielt gegen uns das ist schon wieder ja okay ich gehe mal kurz auf eine schaft suche denn es geschafft habe ich gerade ein schaf gesehen ich schwöre ich täusche mich nicht oh mein gott ja auch gleich zwei schafe sehr schön sehr gut brauchen drei wollen wie viele tiere waren warum wollen wir alle wasser ich verstehe das nicht ich meine ganz ehrlich mein klo nutzt doch die mordredo mod und bei der mordredo mod kann man doch irgendwie pro tier auch blöcke einstellen wo die gerne hin gehen wo man wo sie nicht so gerne hingehen warum stellt sie nicht einfach eine blöcke wo sie nicht gerne hin dem wasser ein da würden sie nicht erst seit immer wasser laufen da denke ich einfach mal habe ich das noch nicht probiert aber ich denke mal genau für so ist es da egal bevor noch scharf kommen die kugel mal kurz dran glauben kohle kohle kann andererseits können aber auch eigentlich zum zum backen holz verwenden egal den kopf noch mit hallo mann hätte was hat sich im schwimmen sachen abbauen ist immer die größte peste kopf ja geht los hallo so gibt es ja noch ein scharf ok wir brechen ab dann müssen wir die nacht noch mal so überleben denn es gibt hier offenweise tiere aber keine schafe also doch gab es schon zwei wir haben ja schon erledigt so ich halte mal ein paar bäume ab häuschen bauen warum haben wir so eine hässliche blume dabei alter große blume ganz ehrlich klub es hackt ja du kommst da hin ja ich fand weil wir dich abgefüllt habe abgefüllt habe geertet habe ich auch gerne wieder ein ein richtiger umweltschützer hier muss man aber wobei hier direkt daneben lol es wird dunkel also dunkel stellen wir wollen ein bisschen holz so können sich eine hütte bauen hoha 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 oh gott oh gott oh gott oh gott alter für nicht schnell dunkel aber wie lange ich bin eigentlich überhaupt schon jetzt doch die zeit heute oder time speed aber klar ich habe doch keinerlei berechtigungen aber timespeed hatte ich glaube auch glaube auf so eingestellt dass ein tag also tag nach zyklus 30 minuten geht haut es hin doch obwohl ich bin schon eine stunde und als wir begonnen haben wurde es gerade nacht und jetzt wird auch wieder nacht also haut es tatsächlich sogar hin ok das heißt wir brauchen ganz schnell holz ein paar stöcker ein bisschen kohle so oha oha da kommt eine fackel hin 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 und ich will erst mal kurz sagen machen wir mal kurz spielpause nächste woche denn eine kleine base bauen äh nächste woche nächste folge ja und dann mal gucken wie es weitergeht bis dann tschüss das ist